Ja, in unserer Einführungsvorlesung soll es dann heute um Mündlichkeit und Schriftlichkeit gehen und um Register. Wir hatten das schon das letzte Mal kurz angesprochen, da hatte ich gesagt, Parol auf Englisch Speech, obwohl Saussure sich auf Mündlichkeit und Schriftlichkeit bezieht. Und deshalb jetzt hier als Einschub, bevor wir uns dann wieder der Morphologie zuwenden, nochmal die Abgrenzung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die ist nämlich in den romanischen Sprachen besonders wichtig. Insbesondere was das Französische betrifft und die Mehrheit von ihnen interessiert sich ja gerade für Französisch. Und ja, da stellt sich eben die Frage, ob gesprochene Sprache und geschriebene Sprache vielleicht zwei unterschiedliche Sprachen sind. Dass wir das unterscheiden müssen, das gilt für alle Sprachen. Auch im Deutschen ist die geschriebene Sprache anders als die gesprochene. Die muss man ja auch extra lernen. In manchen Texten wird dann auch von einer Sondersprache gesprochen, bei der Schriftsprache, weil die Schriftsprache in der Regel nicht von Eltern als Kinder weitergegeben wird. Also es findet keine Eltern-Kind-Transmission statt. Und immer wenn keine Eltern-Kind-Transmission stattfindet, spricht man von Sondersprachen. Also Sprachen, die man in anderen Gruppen als in der engeren Familie lernt. Das sind Sondersprachen. Und eben die Schriftsprache wird oft auch als Sondersprache bezeichnet. Und da vertreten manche Leute insbesondere mit Hinblick auf das Französische, dass es sich um zwei unterschiedliche Sprachen handelt. Also wie gesagt, Unterschiede in allen Sprachen. Auch wenn Sie Italienisch machen oder Spanisch machen, sollten Sie auf die Unterschiede achten zwischen gesprochenem Spanisch, geschriebenem Spanisch, gesprochenem Italienisch, geschriebenem Italienisch. Aber beim Französischen sind die Unterschiede besonders ausgeprägt und betreffen eigentlich alle Bereiche in der Sprache. Das ist das Besondere. Und da gibt es eben tatsächlich Leute, die sagen, wir haben Französisch A, das gesprochene Französisch, und Französisch B, das geschriebene Französisch. Und es handelt sich um verschiedene Sprachen. Ja, Mündlichkeit und Schriftlichkeit, das sind so die Überschriften, unter der man diese Abgrenzung immer wieder findet. Aber eigentlich sind Mündlichkeit und Schriftlichkeit doppeldeutig. Wenn Sie wirklich anschauen, wie diese Wörter verwendet werden, dann merken Sie schnell, dass es da eine gewisse Doppeldeutigkeit gibt. Und zwar kann man von mündlich und schriftlich sprechen in Bezug auf das benutzte Medium, das grafische Medium, wenn man das schreibt, oder das phonisch-visuelle Medium, wenn man sich halt mündlich äußert. Aber es gibt auch noch eine andere Bedeutung. Und das ist ja herausgearbeitet worden, insbesondere in der Romanistik. Hier finden Sie die Autoren, Ludwig Söll, Peter Koch, Wolf Österreicher. Die haben das am Ende des 20. Jahrhunderts, also vor etwa 20 Jahren, herausgearbeitet, dass es auch noch eine andere Bedeutung gibt, nämlich eine konzeptionelle. Was das ist, werde ich Ihnen jetzt gleich erklären. Allerdings, obwohl immer wieder gerne behauptet wird, die Mündlichkeit und die Schriftlichkeit nach Koch und Österreicher oder eben nach Ludwig Söll, das liest man auf dem Staatsexamina, sind das nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Es gibt Vorläufer, insbesondere Neo Spitzer, der sich mit dem Italienischen beschäftigt hat. Also eins seiner Hauptwerke heißt Italienische Umgangssprache. und stammt aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, es ist also über 100 Jahre alt. Und da zeigt er schon, dass es eben genau diesen Unterschied zwischen einer Bedeutung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit gibt, die sich auf das Medium bezieht und eben auch eins auf die Konzeption. Was macht Leo Spitzer? Er untersucht, er war während des 11. Weltkriegs, wie viele Wissenschaftler, dann Soldat und hat sich beschäftigt, da er offenbar für den Kampf nicht so richtig, wie sagt man heute, wehrtüchtig war, hat er sich mit der Zensur von Kriegsgefangenenbriefen beschäftigt. Also man braucht da Leute, die die Kriegsgefangenenbriefe durchlasen, um zu sehen, dass da nicht irgendwelche Geheimnisse verraten wurden. Und er hat also solche Kriegsgefangenenbriefe ausgewertet, und zwar von italienischen Kriegsgefangenen. Und ist dabei auf die Idee gekommen, dass die ja doch irgendwie nicht wirklich Briefe schreiben, wie man normalerweise Briefe schreibt, weil die zum Teil eben, wie gesagt, wir sprechen vom Ersten Weltkrieg, initerat waren, also nicht gut schreiben konnten, sondern dass sie da eventuell so schreiben, wie sie sprechen. Und dann hat er festgestellt, dass man an solchen Texten eben tatsächlich die Mündlichkeit untersuchen kann. Also obwohl sie geschrieben vorliegen, also grafisch vorliegen. Und das war da die erste Entdeckung. Dann war der Krieg zu Ende und hat sich mit anderen Dingen beschäftigt und hat dann eben versucht, Umgangssprache zu beschreiben anhand von schriftlich vorliegenden Texten. Sie müssen sich vorstellen, am Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man schlecht Sprachaufnahmen machen. Sie wissen, 1901 hat man das tatsächlich versucht, aber die Qualität war halt sehr schlecht und die wurde zwar dann in den 20er Jahren besser, Sie wissen, das Grammophon spielte dann eine große Rolle. Aber so ad hoc Sprachaufnahmen auf Schallplatte zu pressen, das war halt noch nicht so gut möglich. Und da hat dann Neo Spitzer durch die Idee mit den Kriegsgefangenenbriefen veranlasst, dann eben oft wirklich schriftliche, sogar literarische Texte genommen, um die Mündlichkeit, um die Umgangssprache zu untersuchen. Nämlich auch oft Theatertexte, Volkstheatertexte, Komödien, zum Teil Dialektkomödien, wo eben tatsächlich die Autoren großen Wert darauf gelegt haben, die Mündlichkeit darzustellen. Ja, und da sehen Sie schon, worum es geht. Wir haben das Medium, also ein Text liegt grafisch vor, dann spricht man eben von einem schriftlichen Text und ein Text liegt phonisch vor, dann spricht man von einem mündlichen Text in Bezug auf das Medium. Wobei, also das lesen Sie in der Literatur, zum Beispiel bei Koch und Österreicher, Unterschied phonisch-grafisch. Ich finde das nicht ganz richtig, denn phonisch ist nicht nur phonisch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Phonisch ist immer auch visuell. Wenn Leute miteinander sprechen, also außer jetzt am Telefon, obwohl wir jetzt auch inzwischen Bildtelefonie haben, also am Telefon ist eine besondere Situation, deshalb sind auch Telefontexte anders, also auf irgendeine Weise besonders, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber eben zum Phonischen gehört noch das Visuelle. Erstmal gibt es sowas wie Gebärdensprache, die sowieso vornehmlich visuell ist, die ist auch ein bisschen phonisch. Also das sollten wir nicht komplett außer Acht lassen. Die Gebärdensprachenforscher haben eine Zeit lang das auch ignoriert, weil sie gesagt haben, die Gehörlosen können ja eh nichts hören, also ist da nichts Phonisches. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil Menschen, die gehörlos sind, möglicherweise auch nicht komplett gehörlos sind, da ist auch nochmal was Phonisches dabei. Aber jedenfalls Gebärdensprache ist vor allen Dingen visuell, aber eben auch phonisch visuell. Und die gesprochene Sprache, ja, da gehören Mimik, Gestik dazu. Das ist einfach ganz wichtig. Ich hatte Ihnen da schon mal gesagt, dass es so Verhörer gibt, weil die Leute das falsche Mundbild sehen. Und dererlei Dinge. Das ist also wirklich auf jeden Fall bemerkenswert, wie viel Visuelles dazugehört. Und wir merken das jetzt gerade bei der Internetkommunikation, die ja eben doch grafisch vor allen Dingen ist, dass verschiedene Dinge nicht so verständlich sind. Ironie zum Beispiel, weil da offensichtlich eine gewisse Mimik dazugehört, beziehungsweise ein gewisser Tonfall dazugehört. Also Phonisches und Visuelles, die helfen eben zu dekodieren, was gemeint ist. Ja, also in Bezug auf das Medium hört man manchmal auch, insbesondere in der Germanistik, so komische Termini. Die brauchen Sie nicht zu wissen. Ich will sie nur nennen, weil Sie die gelegentlich hören. Nämlich, es wird von Literal und Oral gesprochen. Auch in der Anglistik. Oral, Text, Literal, Meaning und so. Also Literal, Oral hört man nicht. Aber in der Romanistik sind eben diese Termini grafisch-phonisch, vor allen Dingen in Bezug auf das Medium, im Einsatz. So, jetzt sagte ich, es gibt aber noch was für die Konzeption, was sich eben gerade Neu Spitzer zunutze gemacht hat für die Erforschung der italienischen Umgangssprache. Also man kann feststellen, dass Texte oder eben Diskurse schriftsprachlich konzipiert sein können, obwohl sie mündlich vorgetragen werden. Das haben Sie bei Politikerreden. Und Politikerreden sind zum Beispiel so Texte, die man gerne auch mal im Staatsexamen hat. Die sind oft schriftsprachlich konzipiert. Das heißt, es setzt sich jemand hin, nicht unbedingt der Redner selbst, sondern ein Referent, Ghostwriter, oder wie man das nennen will, und schreibt den Text auf und dann trägt der jeweilige Politiker den vor. Aber der Text ist natürlich schriftsprachlich konzipiert, auch wenn er mündlich vorgetragen wird. Es wird auch in Redensarten reflektiert. Da kann man sagen, jemand spricht wie gedruckt. Es soll sagen, der spricht zwar, also mediumphonisch, phonisch-visuell, aber eben konzipiert ist das ganze Schriftsprache. Also es gibt so eine Frage der Konzeption. Und das geht auch gesprochensprachlich. Ich hatte vorhin schon die Internetkommunikation erwähnt. Die findet grafisch statt, vor allen Dingen. Aber eben man versucht, das nicht so schriftsprachlich zu machen, sondern eher gesprochensprachlich zu konzipieren, nämlich umgangssprachlich zu schreiben oder zu sprechen. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Redensart, die das reflektiert. Da gibt es die Redensart, er spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, oder sie spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Das soll heißen, oder er spricht umgangssprachlich. Und man kann das auch auf Schreiben sagen, dass jemand schreibt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das ist natürlich dann nicht gut. Also sie sollten natürlich nicht umgangssprachlich schreiben, wenn sie zum Beispiel wissenschaftliche Texte verfassen wollen. Es ist dann vielleicht gut, wenn sie mit Freunden in irgendwelchen sozialen Medien kommunizieren. Von Freunden meistens in Anführungszeichen. Und da ist es nicht angebracht, schriftsprachlich zu kommunizieren, sondern von der Konzeption her soll das gesprochen sprachlich sein. Ja, und man spricht dann eben von konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Passen Sie gut auf, konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit sagen die Experten, sagen Koch und Österreicher. Viele Leute verstehen konzeptuell. Nee, sie meinen konzeptionell. Konzeptuell ist das Adjektiv zu Konzept und konzeptionell das Adjektiv zu Konzeption. Also es geht hier nicht um Konzepte, sondern um die Konzeption. Also hier ist etwas geplant, hier ist etwas konzipiert. Und deshalb konzeptionell, nicht konzeptuell. Kann man leicht verwechseln, klingt so ähnlich. Ja. Jetzt haben Koch und Österreicher aber noch eine andere Terminologie entwickelt, weil das so konzeptionell schriftlich, konzeptionell mündlich, dann sagt man hinterher wieder nur schriftlich, mündlich und verwechselt das wieder mit dem grafischen, phonischen. Und sie haben dann gesagt, wir müssen andere Termini entwickeln. Dann haben wir die blauen Termini erfunden, das niesen sie bei Koch und Österreicher. Die schreiben, die eine Konzeption ist distanzsprachlich, in der Tat, diese konzeptionelle Schriftlichkeit, da geht es darum, dann gibt es auch wissenschaftliche Texte, Vorträge und so. Diese Schriftlichkeit kann man als distanzsprachlich betrachten und die konzeptionellen mündlichen Texte nennen sie dann Nähesprach. Hinterher finden sie das auch nicht gut und in den neueren Texten von Koch und Österreicher steht dann immer D und N. Also D für distanzsprachlich, N für Nähesprach. Und die Germanistik hat wieder eigene Termini. Da gibt es Leute, die sprechen von Literat, wenn es um Distanzsprache geht, Literat wie Literatur. Und Orat, wenn es eben um mündliche Literatur geht, also orale Literatur, wenn sie so wollen. Orat, aber jetzt in Bezug auf die Konzeption. Oral wäre grafisch. Orat, konzeptionell mündlich. Die Termini Literat und Orat brauchen sich wieder nicht zu merken. Die würde ich nur erwähnen, weil sie das manchmal bei den Germanisten hören oder lesen. Und falls jemand da in die Verlegenheit kommt, soll er oder sie jetzt nicht verwirrt sein. Also Orat, Literat sind Termini, die sie in der Germanistik hören. Gemeint ist Nähesprache, Distanzsprache, beziehungsweise Orat mündlich, konzeptionell mündlich, Literat konzeptionell schriftlich. So, diese beiden Betrachtungsweisen, die medialen und die konzeptionellen, sind grundsätzlich unterschiedlich. denn, medial, mündlich, schriftlich, also phonisch einerseits, grafisch andererseits, ist eine diskrete Unterscheidung. Also wir haben entweder einen Text, der grafisch vorliegt oder einen, der phonisch vorliegt. Es gibt da keinen Zwischendick, keinen Übergang, so halb grafisch, das geht nicht. aus entweder grafisch oder phonisch. Natürlich kann ich die Dinge von dem einen Medium ins andere übertragen. Ich hatte das ja schon gesagt. Der Redenschreiber schreibt die Rede auf und der Vortragende trägt die dann vor. Könnte auch sein, er liest sie vor, aber eigentlich liest er nicht richtig, sondern das wird dann so ein bisschen rednerisch ausgeschmückt. Also es wird vorgetragen. Das heißt also, der eigentlich zunächst schriftlich vorliegende Text wird übertragen in das phonisch-visuelle Medium. Hier steht nur phonisch, woanders die Autoren so schreiben, aber denken sich phonisch-visuell. Und das wird übertragen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich hergehen und das, was ich höre, transkredieren. Transkredieren, also aufschreiben, was jemand sagt. Ja, oder wie der genau. Am Ende sogar phonetisch, wenn ich es ganz genau haben will. Aber wenn ich es nicht phonetisch mache, dann doch zumindest autografisch. Und dann habe ich auch wieder Dinge transponiert. Man spricht dann eben von Transposition. Aus dem Phonischen ins Grafische. Und sowas ist ganz üblich. Wenn Sie, wenn Journalisten Leute interviewen, dann gibt es hinterher eine schriftliche Fassung davon, die dann möglicherweise in der Zeitung erscheint. Aber die haben zunächst mal miteinander gesprochen. Neuerdings gibt es sogar ganz absurde Dinge. Ich bin gerade wieder Opfer geworden von so einer Form des Journalismus. Dann gibt es halt Journalisten, die möchten gerne Interviews führen. Also Interview bedeutet ja, dass sich die Leute sehen. Interview. Miteinander sprechen. Aber da jetzt Journalisten immer weniger Zeit haben und es gibt ja eben sowas wie E-Mail, dann schicken die einem Fragen und dann sollen man diese Frage schriftlich beantworten und hinterher wird so getan, als habe ein Interview stattgefunden. Das ist natürlich dann komisch. Ja, also da sehen Sie, da wird es auch so getan, als hätte eine Transposition stattgefunden, aber in Wirklichkeit ist das, ja, wird nur so getan. Aber auch da, das ist das Interessante, merken Sie dann, dass die Interviewer diesen schriftsprachlich vorliegenden Text unter Umständen so gestalten, dass er ein bisschen wie gesprochen klingt. Aber auch ganz interessant. Also diese Idee der Konzeption scheint tatsächlich da eine Rolle zu spielen. So, bei der Konzeption, also konzeptionell, mündlich, schriftlich, Nähe, Sprache, Distanzsprache, da gibt es natürlich ein Kontinuum. Das ist nicht diskret, wie grafisch, phonisch, also entweder so oder so, sondern bei der Konzeption kann ich mehr oder weniger schriftlich und mehr oder weniger mündlich arbeiten, also mehr oder weniger distanzsprachlich oder mehr oder weniger gesprochen sprach, äh, Nähe sprach. Das ist das Interessante. Es gibt da immer ein mehr oder weniger bei der Konzeption und auf diese Weise machen dann Koch und Höchstreicher so ein Kontinuum zwischen N-Sprache und D-Sprache, die kürzen das dann ab, auf und sprechen. Und da haben wir wieder dieses seltsame Wort, was Sie sich nicht merken sollten. Sie sprechen von einem unterschiedlichen Grad der Literatizität. Das ist wirklich ein seltsames Wort. Ja, und hier haben Sie das Kontinuum. Und das sind die Beispiele aus einem Aufsatz von Koch und Österreicher. Das heißt, es ist nicht nur aus einem Aufsatz. Sie finden, also Koch und Österreicher haben, glaube ich, drei oder vier verschiedene Aufsätze zu diesem Thema geschrieben und überall finden Sie so ein Kontinuum. Ich weiß nicht, ob das in jedem Ihrer Texte gleich ist. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis zusammengeschrieben. Das fängt also an mit Gespräch unter Freunden. Face-to-Face-Situation habe ich hier nochmal ergänzt. Das heißt also, da ist es maximal nähesprachlich. Und auf der anderen Seite das Gerichtsurteil, was maximal distanzsprachlich ist. Obwohl Gerichtsurteile natürlich auch mündlich vorgetragen werden. Also Sie sehen, das Medium müssen wir hier von trennen, von der Konzeption. Ja, und dann gibt es Zwischenstufen. Da gibt es den Internet-Chat. Der liegt jetzt auch wieder medial schriftlich vor, aber erinnert an das Gespräch unter Freunden. Das ist auch ein sehr stark nähesprachlich. Vielleicht nicht ganz so nah wie in der Face-to-Face-Situation, aber fast. Und das Telefongespräch, das liegt nun typischerweise phonisch vor, auch seit man hat es transkrimiert, dann hat man es transponiert in das grafische Medium. Aber es ist eben doch oft nähesprachlich. Wobei, hier sehen Sie schon ein Problem, auf das ich gleich noch kommen werde. Nicht alle Telefongespräche sind gleich. Dann gibt es Comics. Comics haben auch so ein bisschen die Tendenz dazu, gesprochene Sprache zu imitieren. Wenn es 1920 schon Comics gegeben hätte, wäre das vielleicht ein schönes Medium gewesen für die Erforschung der Umgangssprache bei Spitzer. Stimmt, es gab sogar schon Vornaus aus den Comics. Denken Sie an Wilhelm Busch und so. Aber Spitzer hat das nicht auf dem Schirm gehabt für die Untersuchung von Mündlichkeit. Interviews, Interviews, da haben wir genau diese Sache, wo die Leute miteinander sprechen normalerweise. Aber das, was dabei rauskommt, ist dann irgendwie zwischen Nähesprache und Distanzsprache. Und der wissenschaftliche Vortrag, der ist möglicherweise schriftlich konzipiert und nicht dann stärker im Bereich der Distanzsprache. Da wird man auch nicht so gesprochen wie unter Freunden. Beim Zeitungsartikel, da wird man dann vielleicht noch stärker schriftsprachlich sein, aber eben vielleicht noch nicht so wie beim literarischen Text. Der literarische Text ist sicherlich noch distanzsprachlicher. Gesetzestexte sind ganz stark distanzsprachlich und das Gerichtsurteil sogar noch stärker. Das ist offensichtlich nicht so. Also wie gesagt, Koch und Österreicher schreiben das so und dann jetzt schlecht. Ich habe jetzt nie Gesetzestexte mit Gerichtsurteilen verglichen, aber nehmen wir mal an, dass das so stimmt. So, hier nochmal das Gleiche und ich habe jetzt immer farblich hervorgehoben, wie denn das übliche Medium ist, in dem wir die Dinge vorfinden. Das Gespräch unter Freunden, wenn es nicht transkrimiert worden ist, ist natürlich medial-phonisch. Der Internet-Chat ist immer medial-grafisch. Also diese orange Farbe steht für das Medium, das grafische Medium und das blaue für das phonische beziehungsweise phonisch-visuelle. Telefon-Gespräch von phonisch, ja, Comics, grafisch, Interview wissen wir nicht so genau, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Der wissenschaftliche Vortrag, der wird natürlich vorgetragen, ist dann phonisch, aber natürlich gibt es dann Mitschriften und es gibt vielleicht ein Manuskript, dass derjenige vorträgt und das Ganze erscheint dann mit dem sogar gedruckt und da gibt es natürlich Transposition aber ja und eben sogar was heißt Transposition es kann sogar sein, dass der Vortrag vorgeschrieben wurde bei den Literaturwissenschaftlern, bei den Philosophen und manchmal auch bei den Historikern ist das oft der Fall, dass die ihren Vortrag vorschreiben und dann mehr oder weniger ablesen sagen wir Vortragen und da findet schon die erste Transposition statt hat, aber das zentrale Medium ist schon die ist schon das Phonische Schlimmstenfalls gibt es ein Manuskript den Vortrag und anschließend wird wieder etwas schriftliches veröffentlicht aber das ist typisch Zeitungsartikel sie liegen natürlich grafisch vor literarische Texte liegen grafisch vor wenn es nicht ein Hörbuch ist wo man das dann wieder transponiert ersetztes Texte liegen grafisch vor und Gerichtsurteile liegen auch grafisch vor werden natürlich oft am Ende eines Prozesses auch vorgetragen aber im Wesentlichen liegen sie grafisch vor so Sie sehen also so ein bisschen das ist den beiden Autoren Koch und Österreich ja wichtig dass bei dem distanzsprachlichen äh bei der distanzsprachlichen Konzeption so eine gewisse Tendenz auch zum Grafischen da ist während bei der Mähesprache so eine gewisse Tendenz zum Phonischen da ist aber so ganz passt es eben nicht das kann man so ein bisschen auch als Kritik vielleicht sehen zumindest dann in Termini mündlich-schriftlich weil grafisch und äh Phonisch auf der einen Seite und die Konzeption nicht so richtig korrigieren ne so jetzt habe ich hier noch eine schöne äh Darstellung auf die ich stolz bin äh ich möchte in dem Sie nämlich darauf hinweisen dass bestimmte äh Ausprägungen auf dem Kontinuum da nicht reinpassen und so ergibt sich dass dieses Kontinuum ein sehr schlechtes Modell ist ne es ist eigentlich kein Kontinuum sondern bestimmte Dinge die ich hier hervorgehoben habe mit dem mit diesem zeigenden Finger Manicula heißt das Zeichen Manicula das kleine Händchen oder das Händchen äh Manicula Lateinisch ja also die Manicula weiß auf Dinge die problematisch sind auf diese Problematik will ich ein bisschen eingehen damit eben dieses Kontinuum auch dekonstruieren weil die Dinge nicht passen das sieht so schön aus und es wird immer wieder von Koch und Österreicher wiederholt aber es macht es nicht besser denn wie gesagt bestimmte Ausprägungen sind problematisch das Interview hatte ich Ihnen schon erläutert dass das so komisch ist ne das wird von dem einen ins andere übertragen und das ist äh schwierig man hat so ein bisschen wir haben alle so ein bisschen den Kotz dass das Interview weil ja auch die Bezeichnung Interview irgendwie was damit zu tun hat dass sich Leute sehen ähm dass das irgendwie was mündliches sein muss konzeptionell wie möglicherweise dann auch äh medial obwohl natürlich äh Interviews in der Zeitung erscheinen im Fernsehen zu sehen und wenn es im Fernsehen ist reden die Leute natürlich miteinander äh und äh ja aber eben da gibt es diese Möglichkeiten auch das E-Mail-Interviews und so also wir haben äh da Schwierigkeiten äh gut hatte ich schon erwähnt nicht nochmal Telefongespräch das hatte ich vorhin auch schon angeneutet dass da möglicherweise ein Problem besteht denn es hängt natürlich davon ab wer mit wem spricht wenn da Freunde miteinander sprechen dann ist das ein bisschen wie die Face-to-Face-Situation nur dass die sich nicht sehen das führt dazu dass das Telefongespräch ein bisschen anders ist Telefongespräch kommen so besondere sprachliche Mittel vor ähm die dazu dienen sich rückzuversichern dass der andere noch da ist ähm es gibt dann eben in den romanischen Sprachen unter Umständen spezielle Wörter im Französischen Hallo geht nur am Telefon äh das dient eben der Kontaktaufnahme ne am Telefon pronto auf Italienisch pronto ne das eben das Gespräch funktioniert das ist eben der Punkt da ähm wie gesagt das 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 sind nochmal Besonderheiten beim Telefongespräch aber das Telefongespräch kann eher unpersönlich sein wenn man zum Beispiel mit irgendwelcher wenn man mit irgendeiner Behörde telefoniert aber wenn man unter Freunden telefoniert gut das ist nicht wie die Face-to-Face-Situation weil man ja doch entrückt ist ähm und möglicherweise kein Bild vom Partner Gesprächspartner hat ähm da ist deshalb ist das Telefongespräch anders aber es ist dann doch eher nähesprachlich als bei einem Behördengespräch also das ist vielschichtig das Telefongespräch und kann nicht da irgendwo eingeordnet werden sondern man muss dann genau fragen was ist denn das für ein Telefongespräch das nächste Problem ist der Zeitungsartikel das ist sowieso ein ganz schwieriges Konzept ein Zeitungsartikel ja das ist etwas was in der Zeitung steht aber in der Zeitung steht alles mögliche dann gibt es Nachrichten in der Zeitung die sind auf eine bestimmte Weise geschrieben sind auch oft stilistisch auffällig so Nachrichtentexte die sind im Präsenz da fehlen bestimmte Konjunktionen aber ein Nachrichtentext ist vielleicht nicht so üblich das sind andere Dinge die die auffällig sind bei Nachrichtentexten dann gibt es Zeitungsartikel die kommentieren natürlich ist so ein Kommentar ganz anders da sind natürlich viele Hypotaxen also Unterordnungen da ist aber häufig nicht anzutreffen und obwohl also Konzessivität Adversativität also solche Dinge sind da ganz typisch in Meinungsartikeln die sehen dann auch anders aus da steht dann zum Beispiel der Name eines Autors dabei oder einer Autorin also das ist bei Zeitungsartikeln der Fall wenn es sich um Kommentare handelt aber es gibt natürlich Nachrichten in der Zeitung die sind wieder anders dann gibt es in der Zeitung neben Nachrichten und Kommentaren noch weitere Arten von Artikeln da gibt es Reportagen die sind so ein bisschen wie ein Roman unter Umständen ist auch ein Zeitungsartikel aber der ist wiederum ganz anders der ist stilistisch anders der ist sprachlich anders Reportagen wird häufig das Bacteritum verwendet was im Nachrichtentext nicht der Fall ist obwohl sich natürlich der Nachrichtentext auch auf etwas bezieht was vergangen ist das ist wieder ganz anders im Meinungsartikel im Kommentar haben wir dann wiederum eher Präsenz also das ist Sie sehen da ist nochmal eine ganz andere Art von Artikeln und das ist immer noch nicht alles da gibt es dann auch noch zur Unterhaltung irgendwelche Artikel zum Beispiel sogenannte Glossen also Glossen ist verwandt mit dem Kommentar zeigen Sie sich aber dadurch aus dass sie vor allen Dingen witzig ist da haben wir Ironie und möglicherweise Satire Ironie das Gegenteil von dem was man meint dann ausgedrückt und so und das sind natürlich dann wieder ganz andere sprachliche Mittel am Werk also Zeitungsartikel hier einzuordnen ist praktisch unmöglich weil es das es gibt keine Textsorte des Zeitungsartikel Zeitungsartikel ist ein Oberbegriff für eine Kommunikationssituation dass Dinge in der Zeitung erscheinen dann eben gezwungenermaßen grafisch vorliegen aber es umfasst ganz unterschiedliche Textsorten und die sind an unterschiedlichen Stellen auf unserem Continuum möglicherweise zu verorten beziehungsweise haben Eigenarten die nur Sie haben und das ist dann eben was Besonderes man sagt dann auch es ist eine Kategorie sui generis von eigener Art die eben nicht in das Continuum passt unvergleichlich so kommen wir zu den literarischen Texten ja literarische Texte das ist auch so ein weiter Begriff da gibt es auch sehr unterschiedliche Texte auch sogar unterschiedliche Textsorten Roman Gedicht Comic ist eigentlich auch eine literarische Textsort und warum das hier extra angeführt wird erschließt sich nicht Theaterstücke Theaterstücke sind natürlich ganz anders da haben wir vielleicht viel mehr Nähesprache im Theaterstück und gar keine Distanzsprache noch deutlicher ist das bei Drehbüchern auch literarischer Text aber natürlich etwas was möglicherweise Nähesprache beinhaltet möglicherweise sogar auch Distanzsprache weil man dann neben den Theaterstücken vor allen Dingen neben den Dialogen gibt es dann natürlich noch anderen Text Theaterstücken Regieanweisungen Beschreibungen des Autors wie die Bühne auszusehen hat und so Kontext und so Bildrösser für Drehbücher da sind zwar die Regieanweisungen oft auch sprachlich auffällig in so einer Art Telegramm Stil aber da gibt es dann eben auch Erklärungen wie das Ganze auszusehen hat und so welcher Kontext vorhanden ist also literarische Texte sind sehr vielgestaltig und passen da nicht hin und eigentlich haben alle diese Texte wieder Besonderheiten Theaterstücke sind eigentümlich Drehbücher sind eigentümlich Gedichte sind eigentümlich das ist auch wieder etwas was eigentlich eine Kategorie für sich ist und hier nicht einzuordnen ist das ist also schon aufwendig deshalb kann man das eigentlich hier nicht gut einordnen so Gesetzestexte lassen sich wahrscheinlich einordnen vielleicht ist das auch problematisch aber ich verstehe so wenig davon in der Literatur findet man dass Gesetzestexte auch eigentümlich Eigentümlichkeiten haben Präsenz vor allen Dingen nicht nur aber sehr viel Präsenz in Gesetzestexten gibt es auch so ein Problem mit der Konjunktion aber die sie da nicht finden mal Adversativität ein schwieriges Konzept ist wo man mit den Erwartungen des Hörers oder Lesers arbeitet und solche Sachen passen nicht zum Gesetzestext so und dann haben wir auch Gerichtsurteile die auch wieder möglicherweise nicht so homogen sind aber wie gesagt verstehe ich weniger davon das einfach mal so hingenommen so bei Koch und Österreicher finden sie jetzt auch noch eine Übersicht über die Merkmale von Nähesprache und Distanzsprache wir müssen irgendwie erkennen wenn wir einen Text vor uns haben ist das eher Nähesprache oder ist das eher Distanzsprache und da haben sie Merkmale zusammengestellt die ich jetzt hier referiere und da gibt es zunächst um allgemeine Merkmale bei nähesprachlichen Texten finden sie allgemein so Dinge wie Zögerungssignale Zögerungssignale ist sowas wie jemand äh sagt oder eben einfach stockt und dann eine Pause macht und weiterspricht aber eben Signal ist besondere solche Interjektionen wie äh oder hm das sind Verzögerungssignale Interjektionen habe ich gerade schon genannt das sind eben Dinge die man einbaut und die nicht in die syntaktische Strukturen passen und wenn ich da so ein ä einbaue oder ach zwischendurch sage dann passt das nicht zu syntaktischen Strukturen und wird deshalb als Interjektion bezeichnet dann finden sie im allgemeinen bei der Nähesprache Normabweichungen dass die Leute eben abweichen von dem was eigentlich die Standardsprache macht finden sie ganz stark bei zum Beispiel bei Internettexten da wird bewusst teilweise von der Norm ab wenn sie mal französische Texte lesen auf Twitter oder so bei so Kurznachrichten da finden sie dann plötzlich ganz starke Abweichungen von der Standardautografie die offenbar bewusst gemacht werden manche sind auch unbewusst weil die Leute es gerade nicht schauen oder schnell schreiben und nicht drauf achten oder die Autokorrektur macht da irgendwas draus aber manche dieser Normabweichungen sind tatsächlich auch bewusst dann gibt es hier Deictika Deictika sind zeigende Elemente in der Sprache also sie können sie haben sprachliche Mittel mit denen sie zeigen können sie können sowas sagen wie hier und da oder dieser oder jenes und was ist typisch für die Nähesprache sowas zu verwenden so da kann man dann eine Geste machen man sagt also hier die und die Person ist so groß es geht natürlich nur nähesprachlich schon am Telefon hätten sie Schwierigkeiten sich zu verständigen weil die Geste dazu nötig ist so ist auch ein Deictikum was eben auf etwas verweist wie es ist außerhalb der Sprache dann haben sie FATIC bei der FATIC geht es darum dass sie Kontakt herstellen zum Gesprächspartner wir hatten das schon mal meine Sprachfunktion FATIC besonders wichtig beim Telefon natürlich dass man sich da immer zurück versichert dass der andere noch da ist also dieses Management des Dialogs das eben man noch zu verstehen gibt jetzt kann jemand anders auch was hagen oder eben jetzt gerade nicht und das ist die FATIC die ist wichtig für die Nähesprache all diese Dinge haben wir weniger ausgeprägt bei der Distanzsprache wir haben praktisch keine Züngerungssignale Interjektionen sind auch nicht wirklich distanzsprachlich gut wenn man jetzt ein Gedicht schreibt und dann irgendwie ach einbauen will gut aber das ist dann schon sehr auffällig Normabweichung sollte man distanzsprachlich immer vermeiden die Hektiker werden eigentlich nicht so stark verwendet stattdessen verweist man im Text zurück und vor das nennt man annaffern insbesondere der verweist zurück ist die annaffer und ein annafferischer verweist auf das was schon mal gesagt wurde wenn ich sage der Linguist und im nächsten Satz sage ich er verweise ich mit er auf den Linguisten und mache das nicht durch irgendein zeigendes Element ich sage nicht dieser oder wenn ich dieser sage ist es auch nur annafferisch gemeint und verweist nicht auf irgendjemand in der Wirklichkeit der näher bei mir steht FATIC spielt auch keine Rolle mit Distanzsprachen so ja jetzt kommen wir zu den verschiedenen Beschreibungsebenen der Sprache das waren jetzt eben allgemeine Überlegungen jetzt kommen die Beschreibungsebenen in der Sprache also zunächst mal die Syntax der Satzbau der ist in der Nähe der Sprache eher einfach und in der Distanzsprache eher komplex ich denke das ist ein wichtiger Unterschied so dann haben sie bestimmte Merkmale in der Nähesprache die da immer wieder auftauchen nämlich Ellipsen Ellipsen heißt dass irgendwas weggelassen wird Ellipse aber das was weggelassen wird können wir erschließen in Ellipsen ist es immer so dass wir genau wissen was weggelassen worden ist wenn ich zum Beispiel sage er verlässt das Haus und kauft ein fehlt bei Kauf das Subjekt aber es ist elliptisch und sie können erschließen dass das natürlich wieder er ist er geht aus dem Haus und er kauft ein das er kann ich dann weglassen lässt sich aber aus dem gesamten kontext erschließen also handelt es um eine ellipse dann gibt es aber auch dinge die ich weglasse und das geschieht in der nähe sprache bei denen ich nicht erschließen kann was da fehlt ich kann einfach aufhören zu sprechen das mache ich in der distanz sprache eher nicht in der nähe sprache kann ich das machen kann meinen satz irgendwo beenden und nicht weitersprechen und das nennt man aposiopesen aposiopesen sind satzabbrüche abbrüche der satz bricht einfach irgendwo ab und dann werden drei punkte gesetzt natürlich wenn ich das dann grafisch wiedergeben will aber phonisch ist einfach Schluss ja aber wie gesagt in der distanzsprache ist das eher unschön aposiopesen also unvollständige Sätze also einfach irgendwie aufhören die möchte ich in der distanzsprache nicht haben und tatsächlich wenn man Untersuchungen macht zur distanzsprache findet man die nicht oder selten wenn ich Untersuchungen mache zur nähesprache habe ich laufend aposiopesen laufend werden irgendwelche Sätze nicht zu Ende gebracht vielleicht weil der andere anfängt zu sprechen oder so es gibt da ja auch so corpora so ein dialog corpus des französischen der sogenannte orleans corpus aus den 1970er jahren und wenn sie da durch gucken weil das halt ein dialog corpus ist da sprechen immer mehrere leute miteinander ist irgendwie sie gehen die sätze nie zu ende also sie haben laufend aposiopesen so jetzt kann es passieren dass ein Satz zu Ende geht aber anders aufhören als er angefangen hat also ich fange auf die eine weise an und dann schließe ich mich mittendrin den Satz anderweitig fortzuführen das heißt der Satz bricht nicht ab es ist kein Satz Abbruch aber der Satz ist trotzdem zerbrochen weil er anders aufhört als er angefangen hat also ein Satz bruch und das heißt auf griechisch anakolut anakolut ist auch typisch für die nähe sprache und die distanzsprache macht das nicht wenn man wenn man texte schriftsprachlich konzipiert wird man aufpassen und es wird einem nicht passieren dass man auf die eine weise anfängt und auf die andere weise den Satz beendet aber wenn ich spreche und insbesondere wenn ich da auch mal was komplexeres sage passiert das sehr leicht dass ich am Ende des Satzes vergessen habe wie angefangen hat und dann liegt ein Satzbruch vor ein anakolut also anakonute sind es ganz typisch für die nähesprache ja dann in der nähesprache da sie ja nicht so komplex ist sondern die Sätze einfacher sind ist es auch so dass ich einfache Sätze aneinander hänge Parataxen und keine Hypotaxen in der Distanzsprache macht man Hypotaxen Unterordnungen zusammen mit Konjunktionen also auch Konjunktionen sind typisch für die Distanzsprache wären die Parataxen typisch sind sie die nähesprache und statt Konjunktionen benutze ich eher so Diskurspartikel merken sie eine Partikel zwei Partikel Femininum im Deutschen wenn es um Grammatik geht Neutron wenn es um Physik geht das Partikel der Plural von das Partikel ist dann die Partikel aber der Plural von die Partikel im Femininum ist die Partikel mit N also Diskurspartikel das ist sowas wie ja oder eigentlich auch ich erinnere mich habe mal in einer französischen Theatergruppe gespielt und wir haben da ein deutsches Stück aufgeführt also während ich in Frankreich studiert habe das in dem deutschen Stück kam der Satz vor sagt der Ehemann seiner Ehefrau ich war der Ehemann und dann liest du ja wohl eigentlich auch zu viel und meine Partnerin mit der ich auf der Bühne stand wollte jetzt mal eine Französin wollte jetzt mal genau wissen was steht da eigentlich wie kann man das übersetzen ja wohl eigentlich auch kann man nicht übersetzen das ist halt typisch für das deutsche und für die gesprochene Sprache so kann man eigentlich nicht schreiben aber in dem Theaterstück sollte eben tatsächlich die gesprochene Sprache nachgeahmt werden und deshalb dieser Satz und dann liest du ja wohl eigentlich auch zu viel gut also Diskurspartikel typisch für die gesprochene Sprache ja und in der Nähe Sprache versucht man Dinge zu extrahieren aus dem Satz also an den Anfang zu stellen ans Ende des Satzes zu stellen und nicht so sehr in der Mitte zu haben Zeitangaben am Anfang oder am Ende lieber was wichtig ist kommt an den Anfang ans Ende insbesondere in den romanischen Sprachen gibt es irgendwie sogenannte Linksversetzung dass man irgendwie so was sagt wie le Président je l'ai vu moi le Président je l'ai vu moi le Président sind aus dem Satz ausgenommen und werden dann wieder aufgegriffen je l'ai vu das Spanische macht das auch das Italienische auch das nennt man Extraktion und in der Distanzsprache möchte man das eigentlich nicht da möchte man alles in den Satz integrieren und dann wird der Satz natürlich auch sehr komplex da spricht man dann von Integration im Gegensatz von zu Extraktion so soviel zum Satzbau jetzt kommt die Morphologie da ist es so dass wir bei der Nähesprache gerne merkmallos agieren also nicht so viele morphologische Merkmale verwenden während in der Distanzsprache wir eher morphologische Merkmale schätzen und eben auch verwenden also zum Beispiel bestimmte Endungen in der Distanzsprache es fällt da leichter in der Nähesprache möchte man das möglicherweise nicht dann möchte man die Form möglichst einfach gestalten nicht so viele Merkmale haben kann vielleicht eher das Präsens verwenden für alles mögliche für das Futur und anstelle des Futurs anstelle des Bakteritums einfach das Präsens merkmalos eben und bei der Distanzsprache möchte man genau sein dann wird man das Futur verwenden und möglicherweise auch irgendwelche komplexen Passivkonstriktionen alles möglichst merkmallhaft möglichst viele morphologische Merkmale ja die Nähesprache ist analytisch das heißt die Dinge werden eher auseinander genommen ich verwende lieber so was wie das Perfekt ich habe gegessen und nicht zusammengesetzte Formen wie in der Distanzsprache ich aß ich aß ist Distanzsprache ich habe gegessen ist Nähesprache asyndetisch synthetisch da geht es um Mittel der Verknüpfung das steht hier wahrscheinlich besonders drin weil Koch und Österreicher auch sehr viel über das Französische gearbeitet haben und wir haben im Französischen die Möglichkeit Verknüpfungen anzuzeigen das ist dann synthetisch noch nicht verwechseln mit synthetisch mit TH das hatten wir vorhin glaube ich synthetisch darüber genau und jetzt synthetisch bei synthetisch geht es darum dass Merkmale der Verknüpfung zu sehen sind also was wie Pomme de terre oder un menu de famille oder un menu polyfamilie das ist synthetisch da stecken d drin oder purli drin und gesprochen und nähesprachlich würde man eher sagen un menu famille un menu un menu famille ohne diese Verknüpfung also asyndetisch also das Anzeigen von Verknüpfungen ist typisch für die Distanzsprache und man lässt Dinge weg man stellt sie einfach nebeneinander in der Nähesprache asyndetisch ja die Apokope ist nähesprachlich während die Distanzsprache eher auf Redundanz ausgelegt ist Apokope heißt wir lassen irgendwie was weg hinten wir verschlucken na irgendwas ähm im Deutschen kennen sie das wenn die Leute haben haben sagen statt haben die Endung praktisch weg Apokope aber das gibt es natürlich auch in den romanischen Sprachen da gibt es französischen da gibt es sehr viele Kurzwörter ähm wo man dann eben sagt sagt mein Exfreund mon ex ami sagt man mon ex le prof le resto das Restaurant das sind eben eigentlich so Kurzwörter wo am Ende was fehlt das Italienische macht das auch ausgeprägt dass dann Dinge am Ende fehlen Infinitiv Endungen werden in vielen Gebieten Italiens einfach weggelassen äh andere Endungen auch äh das sind dann Apokope Redundanz heißt in der Distanzsprache dass man möglichst Dinge mehrfach markiert und redundant macht weil ja eben die Distanzsprache möglicherweise auch nicht sofort wahrgenommen wird sondern man schreibt irgendwas auf und das soll dann in 300 Jahren gelesen werden deshalb braucht man eine gewisse Redundanz damit das noch verstanden werden kann naja gut wir schreiben nicht immer für die Ewigkeit aber Schriftsprache ist halt voll von Redundanzen und ich sagte ja vorhin die französische Schriftsprache ist da nochmal besonders überfrachtet mit Redundanzen die in der gesprochenen Sprache alle schon weg sind dann kommen wir in den Bereich der Phonologie und der Phonetik da gibt es bei der Nähesprache sogenannte Allegroformen also Formen die irgendwas mit schnellem Sprechen zu tun haben die werden aber in der Nähesprache auch verwendet wenn gar nicht schnell gesprochen wird also Allegroformen Lentoformen sind eben solche die an ein langsameres Tempo angepasst sind aber es geht am Ende nicht ums Tempo es geht eben auch darum dass man in der Distanzsprache Dinge einsetzt die möglicherweise auch zur Resonanz beitragen sie rum die dann eben ausführlicher sind Französisch dann doppelte Negation Lento und Allegro einfache Negation dann gibt es natürlich noch bei der Nähesprache die Möglichkeit auf die Prosodie einzuwirken insbesondere wenn die Dinge phonisch vorliegen wenn sie grafisch vorliegen muss man die Prosodie irgendwie nachahmen zum Beispiel indem man Großbuchstaben verwendet wenn man alles in Großbuchstaben schreibt im Internet Chat dann bedeutet dass man möglicherweise schreit und die Lautstärke wird dadurch angezeigt aber in der gesprochenen Sprache in der phonischen medium wird das eben durch Lautstärke ausgedrückt und natürlich eine besondere Prosodie im Supra Segmentar sagt man also außerhalb der Segmente Lautstärke Prosodie sind Supra Segmentar das geht natürlich nur beim phonischen medium beim grafischen wird das schwierig ich kann unterstreichen was wichtig ist ich kann Großbuchstaben verwenden kann das in irgendeiner Weise nachahmen aber das ist mehr bei der Distanzsprache weil die eben ja auch mehr grafisch vorliegt da habe ich eben die Möglichkeit der grafischen Auszeichnung dann auch wenn es grafisch vorliegt das geht natürlich nicht wenn es phonisch vorliegt habe ich keine grafischen Auszeichnungen und diese Auszeichnungen die ich direkt im Text mache die sind natürlich wirklich segmentar die liegen halt vor in den Segmenten klar größere Buchstaben nehme ist das segmentar ja gut soweit klar wenn es Fragen gibt bitte nicht zurück halten sonst komme ich auf ein Thema was oft immer sehen wird ich habe es vorhin schon mal angesprochen das ist die sogenannte fingierte Mündlichkeit in der Literaturlesung statt fingierter Mündlichkeit auch fiktive oder fiktionale Mündlichkeit also eine Mündlichkeit die nicht wirklich ist sondern die inszeniert wird inszenierte Mündlichkeit findet man manchmal auch ich finde das Wort fingiert am besten fingiert fingieren ist eben etwas so tun was nicht wirklich ist das Problem mit den Adjektiven fiktiv und fiktional die man häufiger findet als fingiert ich bin so ein Vertreter von fingiert in der Literatur lesen sie häufiger fiktiv und fiktional das hat immer so was mit Literatur zu tun Fiktion Fiction auf Englisch ist halt Literatur und ja und dann denkt man das ist was für die Literatur aber wir werden gleich noch sehen anhand der Beispiele das hat zwar was mit dem Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu tun aber nicht unbedingt in der es ist nicht unbedingt Literatur klar in der Literatur kommt es vor das Theater vor allen Dingen das Theater hat ja das Problem dass Theaterstücke schriftlich vorliegen aber man versucht natürlich Mündlichkeit zu inszenieren und das ist natürlich dann fingierte Mündlichkeit beim Comic ganz klar Comics soll irgendwie Mündlichkeit gezeigt werden aber die ist natürlich nicht real sondern fingiert und da passt dann vielleicht fiktiv weil Theater und Comics natürlich literarisch sind aber im Interview ist das schon weniger gesagt dass Interviews literarisch sind aber genau beim Interview ich hatte Ihnen das vorhin erzählt ich habe da so E-Mail Sachen ausgefüllt und dann wurde das hinterher so ein bisschen so umstrukturiert als habe dann wird nicht jemand mit mir gesprochen es wurde also Mündlichkeit inszeniert beziehungsweise fingiert ja fingierte Mündlichkeit beim Interview also auch sonst in den literarischen Texten haben sie wörtliche Rede da sind wir jetzt wieder bei der Literatur aber wörtliche Rede ist dann möglicherweise da auch fingierte Mündlichkeit aber wie gesagt die Sache spielt auch anderswo eine Rolle wo wir es nicht mit Literatur zu tun haben nämlich bei den Internetchats möchte ich ja gerne zeigen hier ist Nähesprache wir sprechen hier wie Freunde nur dass wir gerade tippen also kommt es zu fingierter Mündlichkeit in Internetchats wenn sie das lesen dann haben sie immer den Eindruck naja das ist eher wie gesprochen und wahrscheinlich gehört in dem Bereich der fingierten Mündlichkeit auch dieses Phänomen der Normabweichung die man dann da verwendet aber fingierte Mündlichkeit lässt sich leicht erkennen weil bestimmte Dinge fehlen nämlich sie finden nur wenige oder keine Zögerungssignale klar wenn sie so ein Theaterstück anschauen und es soll zum Ausdruck gebracht werden dass jemand unsicher ist dann schreibt vielleicht der Theaterautor auch in die wörtliche Rede mal sowas wie äh rein aber normalerweise ist das nicht der Fall und da gibt es dann eine Regieren weil so zögert oder so und dann muss der Schauspieler das entsprechend umsetzen also Zögerungssignale fehlen im Text auch bei diesen seltsamen Interviews die keine Interviews sind Zögerungssignale werden da selten reingeschrieben vielleicht mal wenn man zum Ausdruck bringen will dass ein Gesprächspartner zögert setzt man irgendwo drei Punkte mit rein die man sich da schlecht erklären kann aber es sind keine echten Zögerungssignale also das Fehlen von Zögerungssignalen daran können sie erkennen ob etwas wirklich transkribiert ist oder ob es sich um fingierte Mündlichkeit handelt wenn keine Zögerungssignale da sind die fehlen bei der fingierten Mündlichkeit sehr häufig auch wenige Interjektionen gibt es die Ausnahme ist ein bisschen sind die Comics bei den Comics haben sie Interjektionen sowas wie ach und au und so ouch das kommt in Comics vor aber sonst kommt das nicht so vor in Theaterstücken wenig kann schon mal sein aber sonst solche Interjektionen die zerreißen halt die Syntax das will man möglicherweise nicht so jetzt ein weiterer Punkt den sie leicht entdecken können und so können sie leicht fingierte Mündlichkeit entdecken man verzichtet auf Aposiopesen und Anakonute unvollständige Sätze sind halt nicht gut für die Kommunikation und wenn man schriftlich kommunizieren will dann kann man sich das nicht erlauben wenn sie ein Theaterstück schreiben wo nie ein Satz vollständig ist laufen die Zuschauer weg weil sie nicht mehr verstehen was da eigentlich geredet wird also Aposiopesen sind schlecht finden sie in fingierter Mündlichkeit selten sie finden zwar schon mal drei Punkte nur diese drei Punkte die sind wie man neulisch sagen würde fake weil im Moment aber so gar nichts fehlt es sind dann nur drei Punkte die anzeigen es wird gezögert und das wird so getan als wäre etwas unverständlich aber es ist gar nicht unverständlich und das gleiche gilt für Anakonute also Satzbrüche es sind selten in Theaterstücken oder also es gibt mal hin und wieder so Texte da soll halt dargestellt werden dass jemand betrunken ist oder so und dann greifen die Autoren in die Trickkiste und bringen auch mal Anakonute aber Anakonute machen ja auch Texte schwer verständlich und das will man ja beim Theaterstück eigentlich nicht die Zuschauer sollen ja das Theaterstück auch verstehen so bei der fingierten Mündlichkeit gelegentlich wird Substandard verwendet also wenn sie Quellen haben wollen über Substandard sowas wie familiäre sprechen oder vulgäre Sprache und so da sind Theaterstücke vielleicht also das richtige Theaterstück auswählen ist das vielleicht hilfreich nach Wann zu kommen also Substandard wird tatsächlich in fingierter Mündlichkeit gelegentlich verwendet aber hier steht extra gelegentlich so häufig ist das nicht also sagen wir mal es findet ein Interview tatsächlich face to face statt und der Gesprächspartner der interviewt werden soll verwendet Substandard dann wird es wahrscheinlich so passieren was für diesen Abdruck in der Zeitung dieser Substandard korrigiert wird was man möglicherweise nicht haben will in jeder Publikation so besondere Interpunktion finden Sie in der fingierten Mündlichkeit die liegt ja grafisch vor ist ja klar in der fingierten Mündlichkeit da werden Interpunktionszeichen genommen die auf Mündlichkeit verweisen sollen zum Beispiel die Auslassungspunkte ich hatte das vorhin schon gesagt an Stellen wo gar nichts ausgelassen ist Apostrophe werden verwendet wo gar keine hingehören Apostrophe sollen wir eigentlich da sollen wir anzeigen dass irgendwas fehlt aber in der fingierten Mündlichkeit tauchen die auf wo gar nichts fehlt ich erinnere mich an irgendein Wahlplakat da stand drauf gib mir deine Stimme fürs Klima und da stand gib apostroph mir deine Stimme aber bei gib fehlt gar nichts gib kein gib oder so gib da fehlt nichts aber ein Apostrophe und ich vermute dass der gestalter des Plakats damit einfach so zeigen wollte hier das ist jetzt mündlich fürs Klima fürs Klima da stand auch ein Apostrophe für Apostrophe es aber schreibt man gar nicht so weil nichts fehlt für es ein Wort für es Verposition verschmolzen mit Antikel für genauso wie beim man schreibt da nicht bei Apostrophe M man schreibt nicht im I Apostrophe M und der Artikel verschmilzt mit der Präposition also Fürst da kann es natürlich sein dass der Macher des Plakats das gerade nicht wusste manche Leute das einfach nicht wissen und denken Fürst ist doch für das da fehlt doch das da also muss da ein Apostrophe das kann ich können können dass das Apostrophe einfach nur anzeigen sollte hier ist jetzt Mündlichkeit im Sinne von Normabweichung aber Apostrophe scheinen ein Mittel zu sein um anzuzeigen hier liegt empfingiert Mündlichkeit vor das ist ja nicht ein Satz den der gesagt hat der auf dem Wahlplakat zu sehen war sondern wird so getan als würde der jetzt direkt zu einem sprechen gib mir deine Stimme fürs Klima oder gib uns deine Stimme fürs Klima Abkürzungen Logogramme Ideogramme Inflektive Abkürzungen sind natürlich an das grafische Medium gebunden man kann nur im grafischen Medium wirklich abkürzen ZB spricht man nicht da sagt man zum Beispiel aber man schreibt es und dennoch sind Abkürzungen und Mittel dafür Mündlichkeit zu fingieren sie finden komischerweise in solchen Texten die irgendwie Mündlichkeit fingieren immer wieder abgezogen wenn man sich fragt warum eigentlich also gerade Internetchats das soll schnell getippt werden deshalb brauchen die vielen abgezogen das ist teilweise richtig schwierig wenn sie da fremdsprachige Texte in Social Media lesen sagen wir mal sowas wie Twitter oder X wie das jetzt heißt wo die Leute nicht so viele Zeichen zur Verfügung haben naja dann werden halt eben abgezogen verwendet aber manchmal hätten sie genug Zeichen zur Verfügung benutzen die abgezogen dennoch weil das irgendwie anzeigen soll ist jetzt flotter ist jetzt mündlich obwohl abgezogen an die Schriftlichkeit gebunden dann gibt es noch Logogramme und Ideogramme da zeige ich Ihnen gleich was das ist und Inflektine ich zeige es Ihnen direkt Logogramme bleiben Sie so eins was im Französischen häufig früher häufig verwendet wurde jetzt nicht mehr so weil man Kassetten nicht mehr verwendet aber früher ging es halt noch so um Kassetten da hat man dann Kassett geschrieben Logogramm weil das eine Buchstabe und die Zahl wenn man die hintereinander spricht Kassett dann kommt da mal Kassett oder Englisch C U ausgesprochen Englisch C U und dann steht das für C U das ist ein Logogramme auf Deutsch auch N und 8 gibt Nacht Nacht würde ich ja nochmal ergänzen Ideogramme da haben Sie ein Ideogramm ein Doppelpunkt Bindestrich und dann die Klammer das soll so Smiling darstellen und weil die Ideogramme so beliebt sind hat man dann später den Zeichensatz erweitert und dann die sogenannten Emojis erfunden das sind halt besondere Ideogramme die Gefühle ausdrücken ja und Gefühle will ich möglicherweise ausdrücken ich habe im grafischen Medium da nicht so viele Möglichkeiten kann dann was unterstreichen und so aber wenn ich dann so ein weinendes Gesicht dahinter male oder ein lachendes Gesicht dann ist möglicherweise klar wie das gemeint ist und da werden halt Ideogramme verwendet und das ist übrigens nicht erst eine Erfindung des Internetchats Sie haben vorhin schon ein Ideogramm gesehen was ich aus dem Mittelalter habe die Manicula deshalb hat die auch einen lateinischen Namen Manicula ist ganz typisch für mittelalterliche Texte da haben sie immer und da die handschriftlich geschrieben sind und immer schneller geschrieben werden sieht dann die Manicula eines Tages aus wie so eine Schlangenlinie und das wird heute noch gerne von Lehrern verwendet und ist eigentlich ein Hinweis Achtung hier musst du nochmal hingucken und es bleibt nur noch eine Schlangenlinie übrig so weitere solche Ideogramme gibt es noch mehr und Abkürzungen die nicht erst im Internet aufgekommen sind ja inflektive ja das ist auch noch ein interessantes Phänomen das sind halt Formen die nicht weiter flektiert werden womöglich nur so Wurzeln oder Stammformen von Verben verwendet werden oft dann so zwischen Sternchen oder so und das soll dann eben so was mündliches eigentlich zum Ausdruck bringen dass die Leute eben lachen oder sich freuen oder so Gefühle Gefühlsausdrücke werden damit gerne angezeigt in dieser fingierten Mündlichkeit und die heißen inflektive auf Deutsch das ist eine Übersetzung eigentlich aus dem Englischen da ist das zuerst aufgekommen da hießen die nämlich uninflectives uninflectives und inflective ist inflektiv und uninflective ist das Gegenteil und auf Deutsch ist dann einfach weil es da das Wort flektiv nicht gibt sondern nur inflektiv Moment weil es da das Wort inflektiv nicht gibt sondern nur das Wort flektiv musste man das Gegenteil von flektiv machen und hat dann inflektiv genommen das ist so ein bisschen falscher Vorhang inflektiv ist was flektiert wird auf Englisch flektiv heißt es auf Deutsch und inflektiv wenn es nicht flektiert wird und auf Englisch uninflektiv also ein bisschen verwirrend aber ja so genau ja fingierte Mündlichkeit ein sehr wichtiger Aspekt und damit sind wir dann auch schon da haben wir auch nicht mehr viel Zeit bei der Zusammenschau hier haben sie das nochmal mündlich schriftlich in zweifacher Weise zu verstehen Medium da ist eine Zweiteilung entweder phonisch visuell oral oder grafisch literal und auf der Ebene der Konzeption gibt es ein Kontinuum zwischen Nähe sprachlich und Distanz sprachlich ja Oral Literat Literatizität da kommt das vor das Rotgeschriebene hört man öfter Oral Literatizität auf jeden Fall ja gut damit hätten wir die Sache mit der Mündlichkeit und Schriftlichkeit und können jetzt auf die Register eingehen jetzt ist aber nur noch eine Viertelstunde Zeit das heißt ich muss jetzt ein bisschen ein paar Dinge überspringen oder sehr kurz behandeln so wie eine sogenannte Defizithypothese das hört man in der Pädagogik ab und zu ist einfach Unsinn das geht zurück auf einen britischen Sprachwissenschaftler oder Soziologen eigentlich Bernstein heißt er wenn sie das mal irgendwo sehen ist Quatsch machen wir es nicht weiter worum es eigentlich geht ist neben der konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit das Register Register ist halt eine Abstufung Sprache man spricht da auch von Diaphasisch in Bezug auf die Formalität es gibt ein formelles und informelles Register oder verschiedene formelle und informelle Register besonders hat man beim französischen damit gearbeitet und wenn sie jetzt in ein französisches Wörterbuch schauen haben sie oft bei den Wörtern so Angaben in welches Register das Wort gehört hier haben sie die Register des französischen mal aufgeführt analoges gibt es in anderen Sprachen da hat man das nur nicht so schön aufgegliedert wie fürs französische hier nach Bode Müller die verschiedenen Register das literarische französisch ganz oben ganz unten das vulgär französisch und dazwischen haben sie diese Abstufung unter dem literarischen das kultivierte französisch standard französisch das geläufige französisch dann das familiäre französisch beziehungsweise Umgangssprache das populäre französisch das volkstumliche französisch und dann das vulgär französische und da passt irgendwie diese Distanzsprache Nähesprache auch rein weil die auch was mit Registern zu tun hat und dann der Substandard auch rein und dieser Bereich kultiviertes französisch und geläufiges französisch irgendwo dazwischen ist dann das sogenannte standardfranzösische angesiedelt ja da so wenig Zeit ist brauche ich glaube ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen gibt natürlich Merkmale des kultivierten französisch lassen wir mal weg ja und zum Schluss wollte ich gerne mit Ihnen noch darauf eingehen dass es neben den Registern vor allen Dingen geht es ja ja im Register es ging ja auch am Anfang ein bisschen um Gruppensprache also diese Geschichten von Bernstein das sind ja Untersuchungen die was mit sozialen Gruppen zu tun haben und wir haben und wir haben oft zu tun mit der Frage nach Dialekten da werden wir vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal drauf kommen und dann gibt es aber auch noch ein Phänomen das im Deutschen meistens als Alltagssprache bezeichnet wird und das sind so Dinge die variieren die variieren aber nicht strikt regional sondern tatsächlich von Familie zu Familie weil Familien unterschiedliche Geschichten haben die kommen aus unterschiedlichen Regionen also Eltern aus verschiedenen Regionen und dann gibt es da irgendwelche Wörter die vielleicht aus einer bestimmten Region kommen oder die vielleicht auch nur in der Familie erfunden wurden für alltägliche Dinge über die man eigentlich sonst nicht spricht außer in der Familie und deshalb gibt es da eine gewisse Variationsbreite und da gibt es so ein paar Dinge und jetzt kommt der interaktive Teil wo die Leute unterschiedliche Wörter verwenden und das können wir einfach mal testen hier in diesem Raum und das ist gerade erst so ins Blickfeld gerückt also für das Deutsche gibt es da inzwischen Untersuchungen da gibt es seit etwa 10 12 Jahren eine Forschergruppe an der Universität Kiel die die deutsche Alterssprache wie sie das nennen untersucht und das machen wir jetzt hier auch mal für das Französische gibt es inzwischen aber ganz junge Ansätze aus den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren wo man das versucht über die Dialektologie hinausgehen zu untersuchen für das Italienische gibt es ganz wenige Sachen da gab es mal vor etwa 10 Jahren einen Artikel dazu aber es müsste eigentlich nochmal so richtig in Angriff genommen werden das Problem ist halt dass wir in Italien sehr stark eine dialektale Gliederung haben und deshalb die Frage nach den Alterswörtern immer auch eine nach den Dialekten ist in Spanien wäre das nicht der Fall da wäre das sehr interessant aber es gibt meines Wissens keine Untersuchung aber wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Test hier mit Ihnen wir nehmen mal so ein Alterswort nämlich das Ende vom Brot und jetzt denken Sie mal nach wie sich das Ende vom Brot bezeichnet Sie haben das Brot zu schneiden das auf und dann bleibt so was übrig und jetzt ist die Frage wie nennen Sie das haben Sie eine Idee und was haben Sie sonst noch an Möglichkeiten das Tuch zum Wischen des Wunschbohns also Fetzen Lumpen Lappen Tuch natürlich aber Wondern kannte ich nicht und wie gesagt seiner Zeit als ich nach Hamburg kam war auch Feudel mir unbekannt also wie gesagt da gibt es verschiedene Ausdrücke nehmen wir mal das nächste da gibt es vielleicht nicht so viel Substanz die man nach dem Schlafen aus den Augen wischt ja also Schlaf oder Schlafsand jetzt machen wir es umgekehrt jetzt kommt die Frage was was ist das also nach dem Rübenkraut für Zucker Rübensirup kommt dann noch dieses kennt das wer sonst sage ich es gleich Pölen in anderen Gebieten von Deutschland wird noch Bolzen gesagt das ist Fußball spielen aber nicht richtig sondern einfach nur so ein bisschen auf so ein Tor schießen mit unbestimmter Anzahl was eben Kinder auf der Straße machen Pölen im Ruhrgebiet Bolzen auch im Ruhrgebiet vor allem verbreitet weil da besonders viel Fußball gespielt wird wahrscheinlich und dann habe ich hier noch ein schönes das Kranwasser was ich zum Beispiel jederzeit sagen würde und was man hier nicht versteht wenn ich das sage ja Leitungswasser genau Leitungswasser das Objekt da oben was man aufdreht heißt in Westdeutschland also Nordrhein-Westfalen aber ein bisschen in die Pfalz hinein Kran so heißt es auch auf Niederländisch und so heißt es auch auf Polnisch das muss aus dem Niederdeutschen ursprünglich kommen und hier heißt es Hahn deshalb Leitungswasser genau ja damit sind wir am Ende Dankeschön und dann ich habe ist das ist